So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Und zwar habe ich schon die ganze Zeit davon geredet, wir wollen ein Gewinnspiel machen, ja? Zuhören! Diesmal habe ich gar nichts gemacht, denn Kollege Schmalfuß, wir möchten keinen Namen nennen, hat sich gedacht, er testet mal was aus und probiert mal, wie lange braucht man momentan, um einen Account von Level 1 auf Level 40 zu ziehen, ja? Und es hat sage und schreibe sechs Tage gedauert. Sechs Tage, um einen Account, einen neu erstellten Account auf Level 40 zu ziehen. Jetzt sollte der Account getestet werden, weil der über eine bestimmte Software hochgezogen wurde. Also viele kennen sich da aus, viele fragen ja immer wegen Spoofen, sonst was, keine Ahnung, iPogo, PG Sharp, sonst wie. Aber es gibt eine Methode, die relativ sicher ist, im Gegensatz zu allen anderen Sachen, die nur mit Overlays arbeitet und so weiter. Aber halt nur für Android-Geräte, ja? Also Android ist auf jeden Fall der Shit. Alle Leute drehen jetzt durch und sagen, was, iPogo, Bannwelle, ah, wir müssen umsteigen, wir müssen umsteigen auf Android. Hat da jemand Tipps, welches Handy brauche ich, was, wie, wo? Und wir haben ja schon längere Zeit immer darauf hingewiesen, unser Kollege Snake, ne? Snake Soft, vielleicht kennt man ihn aus der Telegram-Gruppe irgendwo. Der nimmt sich solche Leute ja an, die gerne ihr Handy routen möchten. Die Fragen dazu haben, wegen Android-Spooving und so weiter, der da gerne auch mit Pablo zusammen, vielleicht kennt ihr Pablo, Pablo, Snake hin und her. So ist ein Gespann, habe ich so kennengelernt zusammen. Pablo streamt ja auch immer öfters. Wer die Streams von Pablo mal gesehen hat, Pablo zeigt ja offenkundig, dass er mit einer gemoddeten Software spielt, arbeitet. Da hat er sogar einen Farmer-Bot, der da selbstständig dann rumläuft und einfängt und macht und tut und auch einfach immer fabelhaft wirft und trifft. Er raidet da auch immer mit seinen Zuschauern mittlerweile. Er hat jetzt auch einen Account, den er auf Level 40 ziehen will. Aber es ist nicht Pablo, es ist nicht Snake. Es war, wie gesagt, Kollege Schmalfuß, der sich dachte, er will das auch mal testen. Wenn jemand, der damit nichts zu tun hat, sich mal da an die Personen wendet und sagt, er möchte das gerne mal testen. Auf einem Handy, auf einem Android, diese Software, dieses Pokémon, alles dabei, was da so ist, die Funktion. Und er hat es nun geschafft, also innerhalb von sechs Tagen den Account auf Level 40 zu ziehen. Erstmal ein großes Dankeschön natürlich an Snake, der sich immer den Leuten annimmt hier. Der immer sagt, ja komm, wenn Fragen sind zu Android oder alles, kommt der her, zack. Ist natürlich auch manchmal stressig, weil viele Leute einfach nicht wissen, was sie möchten. Aber er macht mittlerweile auch Handys zurecht. Er bietet auch öfters mal fertig geroutete und fertig spoofbereite Handys an. Alles, was ich sage, bringt mich jetzt in die Hölle. Da irgendjemand gesagt hat, beim Ramses habe ich mal auf den Kanal geschaut. Da wird immer nur über Spoofing geredet und da wird immer nur das Spoofing den Leuten beigebracht. Mehr ist da nicht. Der Kanal hat so viel mehr zu bieten. Aber extra für dieses Video muss ich so explizit über das Thema Spoofing reden. Und da das Interesse am Spoofing gerade bei Android sehr hoch ist und wir immer verweisen, Snake und seine Leute, Techniker, zack, Gruppe, können ihr da hin oder können auch fertige Handys euch zum günstigen Preis ersteigern, erwerben, wie auch immer. Klingt schon wie ein Werbevideo, oder? Kollege Schmalfuß hat auf jeden Fall jetzt innerhalb von sechs Tagen diesen Account gemacht, hochgezogen. Ihr seht, der heißt eine Woche Ack. Der ist jetzt bei Level 40. Hat 128 Kilometer. 8000 Pokémon gefangen. 3600 Pokestops. Am 17.03. wurde der erstellt, wie gesagt. Hat über 20 Millionen Erfahrungspunkte jetzt. Sieht doch ganz gut aus, oder? Und viele, die sich eben für das ganze Thema interessieren oder da öfters auch mal Fragen haben, dann fragt halt in der Telegram-Fangruppe mal nach oder sucht den Kontakt zu Snake, lasst euch da beraten, hin und her. Viele, die auf Android umsteigen wollen, sagen, eh, sie müssen sich ein neues Handy kaufen und sie wissen nicht welches. Bevor sie jetzt irgendein Handy kaufen und nicht wissen, ob man das überhaupt routen kann, könnten sie natürlich auch einfach eins nehmen, was Snake schon fertig gemacht hat. Ich will nicht sagen, hey, da ist Snake, kauft alle bei ihm ein. Ich sage nur, er bietet es an, ja. Ihr könnt selbst euch auch irgendein Gerät suchen und dann gucken, dass die euch helfen, dass ihr das hinkriegt. Am besten wäre es natürlich, ihr spooft gar nicht und seid gar nicht darauf angewiesen. Wir haben aber so Fälle, die werden ausgebremst beim Spielen, die wollen einfach mehr. Die wollen einfach mehr, die wollen ein ganz anderes Erlebnis. Und wer bei Pablo eben, wie gesagt, öfters da reinguckt, der sieht, wie Pablo spielt und wie viel Spaß ihm das macht und dass da einfach ihm liegt, die ganze Welt zu Füßen. Und viele Zuschauer finden das eben interessant, ja. Das ist noch viel, viel schlimmer und so weitestgehend entfernt von dem, was ich eigentlich mache. Wir hosten ja mit iPogo ab und zu mal Raids für Zuschauer. Aber ansonsten spiele ich ja viele Sachen einfach wirklich so, wie sie sind. Vor Ort macht er Videos vor Ort hin und her. Und Pablo zeigt euch aber, was möglich ist. Snake ermöglicht euch vielleicht, das, was möglich ist, selbst zu machen. Links stehen wie immer natürlich auch in der Beschreibung, wenn ihr da wirklich Fragen habt oder diese Android-Android-Smoove- und Root-Gruppe besuchen wollt, weil ihr vielleicht auch ein Gerät habt und auf Android umsteigen wollt, irgendwas. Und dieser Account wurde mir jetzt eben bereitgestellt. Den möchten wir jetzt verlosen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles verpacke. Wahrscheinlich rede ich einfach viel zu viel um den heißen Brei. Euch interessiert ja eh nichts, außer wie ihr an den Account rankommt. Und da habe ich mich mit Kollege Schmalfuß, wir dürfen keine Namen nennen, mal beraten. Ich würde sagen, wir lassen das, weil normalerweise Dienstag kamen ja immer Gewinnspiele. Die wurden dann am Montag aufgelöst, dass eine ganze Woche dazwischen ist. Jetzt nehme ich das gerade am Donnerstag auf, will das aber am Freitag raushauen. Wenn ich das am Freitag raushaue, wir gucken mal kurz hier in den Kalender, dann wäre das ja bis Montag der 29. 20. Das wäre ein bisschen zu knapp. Ich würde sagen, bis zum 5. Bis zum 5. April, das ist der Ostermontag. Habt ihr Zeit mitzumachen? Am 5. April bei Ostermontag wird der Gewinner bekannt gegeben. Wie bei allen anderen Verlosungen, die wir bisher hatten, ist Montagabend ja immer Chill mit Ramses, der Livestream. Und 21 Uhr wird dann immer der Gewinner bekannt gegeben. Der wird dann da offiziell ausgelost. Unter allen Kommentaren, die unter dieses Video schreiben. Jetzt gibt es ein paar Regeln, die man beachten sollte. Deswegen hört jetzt bitte zu, dass da nicht wieder rumgeheult wird. Dieser Account wurde ausschließlich hochgezogen. Einfach um zu gucken, wie schnell es ist jetzt möglich, den auf Level 40 zu bringen. Der hat also Erfahrungspunkte. Der hat Level 40. Aber der hat ansonsten jetzt nicht viel zu bieten. Wenn wir mal kurz hier drauf gehen. Schauen wir mal bei 4 Sternchen. Er hat 200%ige Pokémon. Wo die herkommen? Keine Ahnung. Wenn wir mal gucken bei Schillern. Was hat er so bei Schillern drauf? Er hat ja ein Carbador, Evoli, Fritzl, Blitz, Lampi, 2 Stilunior, Zickzacks, Vollriegel, Fucano. Also, kommt von dem Gedanken weg, dass ihr einen völlig hochwertigen Account bekommt. Ich habe ja schon mal 30 Tage einen gespielt und hochgelevelt auf 40. Der hatte natürlich ganz viele Shinies. Der hatte ganz viele Hunderter. Der hatte ganz viele Legendäre. Der hatte ganz viel... Weiß ich nicht. Der hatte so viel zu bieten. Das war ein vollwertiger Account. Das ist jetzt kein vollwertiger Account. Das ist einfach nur zum Testen gewesen. Aber der Account hat einen Zweck. Und zwar, Pogestops einreichen. Viele von euch leben irgendwo in einem Caf, wo nichts wirklich ist. Die wollen dann immer spufen, damit sie irgendwas machen können. Oder trauen sich dann nicht. Oder hin und her. Wir sagen immer, man kann sich den Ort auch zurecht machen, wie man möchte. Viele Leute haben nichts. Dann reichen sie sich ein paar Sachen ein. Plötzlich entsteht da eine Arena, ein Stopp, noch eine Arena, noch ein Stopp. Alles hin und her. Man kann wirklich da was rausholen. Wenn aber nichts ist, bist du meistens nicht Level 40. Beziehungsweise mittlerweile kannst du ja ab Level 38 auch schon einreichen. Wenn du nichts hast und da nichts ist, dann kannst du natürlich auch nichts einreichen. Weil wenn da nichts ist, dann kannst du nicht punkten. Wenn du nicht punktest, bist du nicht hoch im Level. Wenn du nicht hoch im Level bist, kannst du nicht einreichen. Also das beißt sich irgendwie. Wir möchten daher den Low-Level-Spielern die Gelegenheit geben, einen Level 40er-Account, der bei uns in der Testphase entstanden ist. Beziehungsweise wusste ich nichts davon, ohne mein Zutun alles. Bin ja eigentlich dankbar, dass ich, ohne dass ich was gemacht habe, den hier einfach verlosen darf. Danke an Kollege Schmalfuß. Wir dürfen keine Namen nennen. Wir wollen den Low-Level-Spielern, den Dorf-Spielern, den Leuten, die nicht so weit sind oder nicht so viel bei sich in der Umgebung haben, die Chance bieten, einen Level 40er-Account zu erwerben, mit dem sie in erster Linie eben Pokestops einreichen können, ihr Dorf verschönern können, schmücken können, alles einreichen, was da ist. Brunnen, Denkmäler, Trauer, Kapellen, Spielplätze, Sportplätze, Willkommensschilder, sonst wie keine Ahnung. Ihr werdet sicherlich was finden. Jedes Dorf hat diese Standardsachen, die eigentlich überall sind. Was muss man jetzt aber dafür machen, um den Account zu gewinnen? Ihr schreibt einen Kommentar unter das Video. Wichtig, ihr müsst euren jetzigen In-Game-Namen in diesen Kommentar schreiben. Ihr müsst euer Level in diesen Kommentar schreiben. Schreibt halt noch eine kleine persönliche Nachricht dahin. Seid ihr Dorfspieler, seid ihr Stadtspieler, könnt ihr schon Pokestops einreichen oder nicht, hin und her. Oder, was würdet ihr mit dem Account machen? Pokestops einreichen wahrscheinlich, genau das ist es. Packt einen Hashtag mit rein. Und zwar, weil das ja im Prinzip dem Snake, das war der Ursprung. Packt den Hashtag SnakeSoft mit rein. Großes S bitte am Anfang. Snake Soft. Sind alle englisch gewandt. S-N-A-K-E-S-O-F-T, ja, Snake Soft. Bitte ein großes S bei Snake vorne. Und zusammengeschrieben. Macht Hashtag SnakeSoft. Wollen wir mal ein bisschen Werbung machen für den Kollegen? Hashtag SnakeSoft plus euren In-Game-Namen, plus euer Level. Und eine kurze Nachricht so, ob ihr gerne den Account gewinnen würdet, was ihr mit dem Account machen wollen würdet. Vielleicht sagt ihr, ja, der ist blau, ich bin auch blau, passt dazu. Würde ich krasse Pokémon drauf fangen und würde den dann als zweiter Account noch mit nutzen oder sonst wie. Also, was habt ihr vor? Oder wollt ihr euch die Shinies rüber tauschen? Ich weiß es nicht. Wichtig aber an der ganzen Sache, weil wir ja Leuten helfen wollen, die low-leveled sind, dass natürlich Leute mit Level 50, 48, 44, sonst was, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Also, wenn jetzt jemand gewinnt, der einen Kommentar geschrieben hat, der aber Level 48 ist, der sowieso einreichen kann mit seinem Account und so gut ist und so stark ist, ich glaube, der braucht den Account nicht. Das wäre ja Quatsch. Der kann selbst einreichen, der hat selbst einen viel besseren Account, der hat Zeug, braucht der nicht. Einer, der jetzt Level 30 ist, der noch bis Level 38 hustlen müsste, um einreichen zu können, würde sich über sowas natürlich freuen. Deswegen schreibt euer Trainer-Level bitte mit in den Kommentar und euren Account-Namen, das ist wichtig, weil, so sehen wir ja auch, ob ihr ehrlich seid, ob ihr lügt oder sonst was, kann ja sein, einer schreibt, ich heiße Hans Wurst und bin Level 15 und dabei ist der Level 50 und ihr gebt ihm den Account und er sagt, haha, sind die dumm oder was? Das wollen wir natürlich nicht. Aber an sich, weiß ich nicht, ist eigentlich alles gesagt. Also kurz die Geschichte dahinter, wie der Account erstanden ist, warum der entstanden ist und wer daran irgendwie beteiligt war oder wie das alles so vonstatten ging. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, auf Android zu spufen, dann guckt mal in die Beschreibung, da ist die Android-Spoof-und-Root-Gruppe. Wenn ihr also ein Android-Gerät besitzt und da eine App nutzen wollt, mit der ihr theoretisch sicher euren Standort verändern könnt, Snake und seine Techniker, die werden sich euch vielleicht dann annehmen und das erklären oder wenn ihr ganz neu seid und das mal ausprobieren möchtet und da gibt es halt diverse Sachen, die hauen halt richtig rein. Wer wissen will, was richtig reinhaut, der guckt öfters beim Pablo mal rein in den Stream, das seht ihr, was für Funktionen und Sachen da möglich sind und ansonsten, wenn euch das alles komplett egal ist, ihr einfach nur Pokestops einreichen wollt, macht einfach mit, um den Account zu gewinnen und gönnt euch das. Richtig ekelhaftes Video, oder? Ich komme mir so schäbig vor, dass ich das alles so anpreise, denn das war ja eigentlich was, was ich nie wollte. Ich wollte nie den Leuten sagen, los, spooft alle, ihr müsst spoofen. Sage ich ja jetzt auch nicht. Aber ich weiß, das Interesse ist da und die Nachfrage kommt eh auf bei allem, was man macht. Eigentlich geht es nur darum, den Account an euch zu bringen. Trotzdem, die gierigen Mäuler müssen auch gestopft werden und dafür sind andere Leute zuständig, die sich damit auskennen. Ich kenne mich selber mit nichts aus, deswegen, keine Ahnung. Ich mache da ein Pogo so, um da zu helfen bei den Raids, aber den Rest, das ist mir alles irgendwie zu hoch. Also wie gesagt, Montag in zwei Wochen, nicht den Montag, der jetzt kommt, sondern der Montag, der danach kommt. Das war, glaube ich, der fünfte. 5. April oder so, am Ostermontag auf jeden Fall. Ostermontag, 20 Uhr chill mit Ramses Livestream. Ab 21 Uhr ziehen wir die Gewinner und der Gewinner muss im Stream auch anwesend sein. Nicht, dass dann irgendein anderer mit einem Fake-Account sich kurz so nennen und sagt, hey, ich bin der, geh mir den Account. Das ist eine miese Nummer, da gab es schon mal Probleme, deswegen müssen wir es leider so machen. Seht also, dass ihr da seid, wenn euer Name dann gezogen wird, ihr alle Kriterien erfüllt, dann sagt kurz, hallo, hier bin ich und dann checken wir das ab, ob ihr wirklich ihr seid und dann würde euch dieser Account gehören. Ich glaube, jedem, der halt wirklich nicht Level 40 oder 38 ist, wäre das einfach eine Hilfe. Ansonsten, danke an Kollege Schmalfuß, dass der das gemacht hat und einfach gesagt hat, hier habe ich was zum Verlosen für dich. Er hat 22 Freunde drauf, wollen wir uns mal kurz die Freunde angucken, dass wir wissen, wer da mitgeholfen hat, dass da rumgelevelt wird. Da steht Flex, Albans, Chevy Art, der Drogendino, Falktricks, Groudon für Entei, Jason, Genaya, Jojo, Kekseliebhaber, Libera for Red, Libera for Red, weiß ich auch nicht, wer das ist, aber mit dem werde ich beste Freunde, wenn er mein Geschenk öffnet. Bitte öffne es nicht. Mach das bitte zum C-Day oder irgendwas. Dann der Hannes, Michael, Moonlight, Ninja Krokodil, Poco Serb, nicht PG Sharp, Ramona, Schilling, Specki, Tick, Tick, Tack, Tick Klonkeks, Tick Keks und Tick Keks Lord. Alle am Start, sehr schöne Sache. Wir können aber ganz kurz gucken, was der ansonsten hier so drin hat. Der hat ja einen Elevoltec, okay, der hat da ein paar Voldoloster drin, okay, Brigaron, Geovatz, Redikan, das ist da auch drauf, Pinzir, so, da ist noch ein Dragoran, hm, sind also auch ein paar, toll, das sind ja sogar Kontinentale drauf, sehe ich gerade, Kuddel, Plaudergei und so, Jutesto, Grillcheater, Soda-Cheater, gut, aber ignoriere die Tatsache einfach, dass da Kontinentale drauf sind, seht das einfach an, als einen Account, der euch einfach nur helfen soll, Pokestops einzureichen und der Rest ist komplett egal. Und ja, es ist langwierig, ich habe jetzt ewig alles in die Länge gezogen, keine Ahnung, aber wirklich, die Leute, die zugehört haben und die sich das Video wirklich komplett angeguckt haben und wirklich alle Regeln beachten, die sollen die Chance haben und nicht irgendeiner, der einfach nur immer zu durchs Video spult und wie ist der Hashtag, wie ist der Hashtag und dann knallt irgendwas dahin und der Rest passt einfach vorne und hinten nicht, also die Leute bitte nein. Das war es von meiner Seite aus jetzt, Account eine Woche, Team Blau ist am Start und der kann euch gehören zum Helfen, zum Einreichen und Dankeschön, Kollege Schmalfuß, wir wollen keine Namen nennen, Grüße gehen raus an SnakeSoft, Grüße gehen raus an Pablo, natürlich, cool, dass ihr da alles so mitmacht und auch so das ein bisschen verbreitet unter den Leuten, die ordnungsgemäß damit umgehen, nicht jedem darf man Macht geben, die die dann unterschätzen und sich dann selbst den Kopf abreißen, also ja, ihr wisst, wie ich es meine, vielleicht, keine Ahnung, das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses, und heute kommt kein Stream, aber heute muss ich schlafen, genau, das ist eine gute Sache, oh, ich hab mein Licht vergessen anzumachen, das hätte mich doch die ganze Zeit beleuchtet, Peace out, vorhaut, euer Ramses, vorhaut, zur nächsten Mal, es ist, wie ich es mir schlafen, es ist mir schlafen. Vielen Dank.